Mit etwas Muskelkraft und der Dresine durch den Fleming. Auf Schienen geht es von Zossen nach Jenickendorf. Eine spannende Ausfahrt mit der Erlebnisbahn in die Erlebnisregion Fleming, getreu unserem Motto Lust auf mehr Fleming. Hallo und herzlich willkommen zum VisitFleming Podcast. Deinem Podcast für die Reise- und Erlebnisregion Fleming. Mein Name ist Mario und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Du hörst die Folge 8 des VisitFleming Podcast, wozu ich dich herzlich begrüßen möchte. Auf einer ca. 30 km langen Teilstrecke der königlich-preußischen Militäreisenbahn Berlin-Zossen-Hüterbock lässt sich der Niedere Fleming auf der Dresine durchqueren. Ausgangspunkt unserer Reise ist der am 01.04.2003 eröffnete Dresine-Betrieb an den Bahnhöfen Zossen und Mellensee im nördlichen Teil des Fleming. Von hier aus startest du zu zweit oder in Gruppen von bis zu maximal 14 Personen je Fahrzeug in das Abenteuer Dresine und kannst dabei wählen zwischen Fahrraddresine, Hebeldresine oder Konferenzrädern. Aber was ist eigentlich eine Dresine? Etwa so alt wie die Eisenbahn wurde die Dresine im Jahr 1817 von Karl Friedrich, Freiherr Dres von Sauerbronn in Form eines schienengebundenen Laufrades erfunden, welches gleichzeitig auch Urahren des heutigen Fahrrades ist. Die Geräte wurden im Laufe der Jahre weiterentwickelt und erlangten ihre besondere Bekanntheit aus Hollywood-Produktionen, wo Hebeldresinen bei der Besiedlung des Wilden Westens eine große Rolle spielten. Von der Eisenbahn wurden sie zur Kontrolle und Reparatur eingesetzt, da die Bahnstrecken anderweitig kaum zu erreichen waren und sie mit einer Geschwindigkeit von etwa 25 bis 30 Stundenkilometer eine recht zügige Fahrt ermöglichten. Auch die Post nutzte Dresinen zum Transport der ihnen anvertrauten Güter. Jedoch wurde die Eisenbahn im Laufe der Zeit immer schneller und so wurden die Dresinen zum Störfaktor und gar Unfallrisiko. Ein Schwunghebel, der auf und nieder gedrückt wird, treibt die Dresine an. Heute werden Freizeitdresinen vorrangig mit Fußantrieb eingesetzt, nach Wunsch auch mit elektronischer Hilfe. In Sossen stehen verschiedene Gefährte für den Ausflug zur Verfügung. Die einfachste Variante ist eine Fahrraddresine für zwei bis vier Personen, wo du in gewohnter Art und Weise in die Pedale treten kannst und die auch noch Platz für den Picknickkorb oder einen vierbeinigen Begleiter bietet. Du möchtest lieber Wild Westfeeling erleben? Dann kannst du die kleine Hebeldresine wählen, vorausgesetzt du findest drei bis sieben weitere Mitstreiter, die mit dir auf das Kommando an die Hebel fertig los gemeinsam den Fleming in Richtung Westen erobern möchten, da dieses Fahrzeug für vier bis acht Personen geeignet ist. Für größere Gruppen oder Teams von 14 Teilnehmern eignet sich die große Hebeldresine hervorragend, um den Teamgeist zu fördern. Die Erlebnisbahn bietet verschiedene Touren und Events an. Wer das Erlebnis Dresine einfach mal ausprobieren möchte, kann zu einer Schnuppertour mit der Fahrrad- oder Hebeldresine starten, entweder am Vormittag oder am Nachmittag für dreieinhalb bis viereinhalb Stunden. Gestartet wird in Sossen, von wo es auf Schienen zum Bahnhof Mellensee geht. Die Fahrt dauert je nach Fahrstil zwischen 30 und 45 Minuten. In Mellensee hast du zwei Stunden Zeit, kannst dich im Biergarten erfrischen, eine Runde Minigolf spielen oder durch den Ort flanieren. Anschließend geht es wieder auf Schienen zurück nach Sossen, wo die Schnuppertour endet. Einen Tagesausflug lang ist die Entdeckertour, die ebenfalls in Sossen beginnt. Du hast bis zu neun Stunden Zeit, alles rechts und links der Schienentrasse zu entdecken. Möchtest du am Schienenrand verweilen, hebst du die Fahrradresine einfach aus dem Gleis und erkundest die Umgebung zu Fuß oder badest in einem nahegelegenen See. Die Strecke ist etwa 25 Kilometer lang und endet erst am Prellbock in Jenickendorf. Wem die Abenteuer auf der Schiene noch nicht ausreichen, der dreht in Jenickendorf noch eine Runde auf der Flämings geht, bevor die Rückfahrt auf der Schiene angetreten wird. Nach dem Motto Weihnachtsfeier, Dresine, Glühwein und Gänsebraten kannst du die Weihnachtszeit zu einem ganz besonders stimmungsvollen Ereignis werden lassen. Dazu gibt es im November und Dezember eines jeden Jahres diverse Veranstaltungen um die Dresine-Strecke. Neben individuellen Touren lassen sich auf der Erlebnisbahn im Fleming auch Klassenfahrten, Geburtstage, Team- und Firmen-Events mit Gruppengrößen von bis zu mehr als 100 Teilnehmern veranstalten. Bei der Planung unterstützt dich die Erlebnisbahn sicherlich sehr gern. Wir hoffen, dass dir unser kleiner Ausflug auf Schienen durch den Fleming gefällt und du Lust bekommen hast, dich tatkräftig und aus eigener Kraft fortzubewegen. Alle Informationen zur Erlebnisbahn findest du auf der Internetseite, die wir dir hier in den Shownotes verlinkt haben. Den Podcast kannst du dir natürlich noch einmal anhören oder in Ruhe durchlesen. Den Text dazu findest du auf unserer Internetseite www.visitflaming.com Um keine weitere Folge zu verpassen, abonniere gleich den Visit Fleming Podcast. Wenn dir der Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich sehr über eine positive Bewertung bei iTunes. Und wir möchten dich bitten, den Podcast mit Freunden und Bekannten zu teilen. Hilf uns, viele Menschen zu erreichen. Dafür danken wir dir herzlich. Danke fürs Hören. Bis zum nächsten Mal. Dein Mario Dein Mario Dein Mario Dein Mario Dein Mario Vielen Dank.